Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eingeht es gut. Ihr seid alle gut bisher an den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 21.200 US-Dollar. Wir haben sehr, sehr wenig Bewegung heute vor der Fettsitzung. Das wird sowieso sehr interessant werden. Kriegen wir unsere 100 Basispunkte, dann wird wahrscheinlich der Markt komplett crashen oder kriegen wir nur unsere eingepreisten 75 Basispunkte. Dann werden wir wahrscheinlich zuerst in die eine Richtung sehen, dann in die andere. Welche es gehen wird, werden wir jetzt auf jeden Fall im heutigen Video darüber sprechen. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt. Wie gesagt, 21.200 US-Dollar. Wir halten uns hier am Golden Pocket momentan. Die 200er SMA mittlerweile wieder im 4-Stunden-Chart als Support gegeben. Also es sieht momentan ganz gut aus, dass unsere Support-Zone hier auch weiterhin hält. Wir machen die Zone mal ganz kurz weg. Unser Abtrend hält weiterhin. Wurde zwar noch nicht angetestet, hält trotzdem noch. Plus, wie gesagt, eben das Golden Pocket der RSI mittlerweile. In einem überverkauften Bereich dann angekommen, von hier aus einen leichten Bounce gesehen. Aber im Endeffekt ist die Struktur weiterhin abwärtsgerichtet. Also wir sehen hier, der Downtrend ist weiterhin da. Solange wir hier diese Linie auf jeden Fall nicht durchbrechen, sind wir weiterhin in einem Downtrend. Davon können wir ausgehen. So, was ist jetzt für den heutigen Tag wichtig? Wir haben heute Nachmittag oder heute Abend eher gesagt, Fettsitzung bzw. wird bekannt gegeben, wie hoch die Zinsen im Endeffekt erhöht werden. 75 Basispunkte sind eingepreist. 100 Basispunkte wären nicht eingepreist. So, kriegen wir jetzt unsere 100 Basispunkte, was immer noch so ein bisschen im Raum steht, wo noch nicht jetzt also so abgehackt ist, wird wahrscheinlich der Markt erst einmal nach unten hin dampen und dann wird sehr wahrscheinlich diese 18.500 US-Dollar-Marke sehr wahrscheinlich nochmal angetestet. Das würde die Aktienmärkte auf jeden Fall nochmal deutlich, deutlich nach unten stürzen. Was man aber dazu sagen muss, 75 Basispunkte ist eigentlich so momentan das, was am wahrscheinlichsten ist. Das ist das, was im Markt eingepreist ist, wo seit Wochen im Endeffekt darüber spekuliert wird. Und weil die Inflation ja im Endeffekt jetzt schon wieder darüber diskutiert wird, dass die rückgängig wird, also zumindest ein bisschen weniger wird, weil wir unseren Peak angeblich gesehen haben, vermute ich persönlich eher, dass wir bei 75 Basispunkten bleiben. Die Frage ist, was steht da noch so drin? Wollen sie noch aggressivere Geldpolitik etc. pp. Sollten natürlich die 100 kommen, ganz ehrlich, dann gehe ich von 18.500 US-Dollar raus. Sollte diese 75 Basispunkte-Erhöhung kommen, dann glaube ich eher, dass wir kurzen Dump sehen und dann einen schnellen Pump. Genauso das Gegenteil, was wir beim letzten Mal hatten. Beim letzten Mal hatten wir ganz, ganz schnell den Pump, könnt ihr euch noch daran erinnern, schneller Pump innerhalb von, ich glaube, 15 Sekunden oder einer Minute Pump und dann sofort der Dump und dann bis in die Konsolidierung. Genau das Gegenteil, wenn was in den Markt eingepreist ist, kann man sich hier dann im Endeffekt vorstellen, wir gehen kurz nach unten, um die Stop-Losses, sage ich mal, nach unten hin zu killen von den Longs und dann vielleicht schießen wir nach oben. Das ist so momentan das Szenario, was ich eigentlich am ehesten Eintreffen sehe und da bietet sich dann wahrscheinlich so dieser Bereich um 20.000 US-Dollar an. Das ist so die Marke, wo ich sagen würde, okay, hier sollte man auf jeden Fall seinen Stop-Loss einplanen, je nachdem, wie die Zinserhöhung dann ausfällt. So, was wir jetzt auch mal noch machen, ist nochmal ein übergeordnetes Fibonacci Retracement Level ziehen und zwar vom Gesamttrend. Und dann schauen wir uns das mal ganz kurz an, vom Swing Low zum Swing High und da seht ihr auch, die 20.000 US-Dollar Marke ist auch da, wo unser übergeordnetes Golden Pocket ist. Also wir hatten jetzt die kleine Bewegung hier oder was heißt kleine Bewegung von, ich sage jetzt mal 18.500 bis ungefähr 24k, war die kleine Bewegung. Die große Bewegung von unserem Low bei 17.500 bis 24k, da befindet sich das Golden Pocket genau bei 20.000 US-Dollar. Deswegen habe ich gesagt, okay, Stop-Loss. Dann eher ein bisschen darunter, weil es könnte dann wirklich dieses Fake-Out eben geben, wenn die Zinserhöhung wirklich nur genauso wie eingeplant ist, dass wir in dieses Golden Pocket bei ungefähr 19.800 US-Dollar gehen. Genau hier liegt auch die 4 Stunden Demandzone. Wir hätten dieses Void auch noch gefüllt. Sehr, sehr gutes Zeichen. Wir haben da unten nur noch diesen kleinen Rig bei 18.500 US-Dollar, den ich dann aber vermutlich nicht sehe, sollten wir bei 75 Basispunkten bleiben. Und dann neuer Anlauf nach oben. Sehen wir die 100, ganz ehrlich, dann könnt ihr jedes FIP-Level wahrscheinlich hier vergessen, jede Linie, die hier gezeichnet ist oder sonstiges, das könnte dann komplett in die Tonne treten und dann werden wir uns erstmal nach unten orientieren und dann auch keine Long oder sonstiges aufmachen. Also das sind die Level, die ich momentan sehe. 19.800 beziehungsweise 20.000 US-Dollar, die Marke hier in diesem Bereich. Klar, wir würden unter den Abtrend drunter fallen, aber es wäre nicht das erste Mal, bevor wir dann wieder aufgekauft werden. Also es wird auf jeden Fall ein interessanter Tag heute. Mit steigenden Kursen rechne ich ehrlich gesagt nur, wenn wir die 75 Basispunkte halten, aber mit einem kurzen Dump und dann dem Pump. 200er SMA hält momentan, sollte auch für den Rest des Tages erst einmal halten, je nachdem wenig Bewegung. Ich denke, dass heute Abend dann wirklich die volatilen Zeiten losgehen und wir uns dann neu orientieren müssen. Ansonsten werde ich euch natürlich in der Telekom-Gruppe auf den Laufenden halten. Sollte es da irgendwas Neues geben, aber ich sage mal, 19.700, 19.800 wäre so worst case. Bei 75 Basispunkten kommen die 100 Basispunkte, gehe ich von deutlich, deutlich tieferen Kursen aus und das könnte dann auch so, sage ich mal, der Gnadenstoß sein, weil wir ja im Endeffekt noch übergeordnet auch noch diese, jetzt nicht ernst nehmen, diese Bearflag hier im Endeffekt auch noch haben. Also behaltet das auf jeden Fall mal am Auge. Grundsätzlich, wir sind weiterhin in einem Downtrend gefangen. Wir haben in einem großen Downtrend, haben wir noch einen kleinen Downtrend und kommen die 100 Basispunkte, werden wir wahrscheinlich runterrasseln. Die Frage ist, wie tief geht es dann? Mein worst case Szenario liegt weiterhin bei 10.000 bis 13.000 US-Dollar, was ich jetzt aber nicht im Laufe des heutigen Tages sehe. Aber man soll sich für alles gefasst machen. So, dann schauen wir uns Ethereum an. Ethereum hat jetzt das erste Void geschlossen. Man sieht es hier ganz gut. Wir sind hier genau auf dem Dollar, genau haben wir dieses Void hier drüben geschlossen. Erst einmal ein gutes Zeichen. Wir haben danach aber wenig Volumen gesehen, wo wir diesen Aufkauf gesehen haben. Wir sind weiterhin in einem Downtrend im RSI. Nach oben hin hat sich auch wenig getan momentan. Also für mich eher so ein kleines Relief, Reversal momentan. Ich gehe weiterhin eher von diesem Bereich zwischen 1.230 bis, ich sage jetzt mal, 1.300 US-Dollar aus. Hier drunter haben wir nämlich noch das nächste Void. Wir haben das Golden Pocket, wir haben den 2 unter der SMA. Also momentan in Long-Positionen würde ich hier einfach nicht eingehen. Wäre mir persönlich einfach zu risikoreich. Einfach, dass man hier sehr, sehr schnell liquidiert werden kann. Wie gesagt, die Bewegung mit sehr, sehr wenig Volumen, die hier fortgesetzt wurde. Also man sieht hier den intensiven Pump hier gegen, ich sage jetzt mal, 1 Uhr nachts ungefähr. Wir schauen jetzt mal auf den 15-Minuten-Shot, wie da das Volumen war. Da sehen wir einigermaßen höheres Volumen. Aber es ist jetzt auch nichts Spektakuläres. Also für mich eher so eine kleine Relief-Rallye würde ich jetzt auch nicht mehr einfach hinterher springen. Wir warten hier einfach auf neue Bestätigungen bzw. neue Entries, die sich hier ergeben könnten. Und für mich dann vor allem hier dieser Bereich des Golden Pockets auf jeden Fall der erste Anlaufpunkt. So, dann schauen wir uns Polkadot an. Polkadot unter das Golden Pocket gefallen. Also viele Altcoins sind teilweise jetzt unter das Golden Pocket gefallen konnten. Aber immer noch das 0786er Fibonacci Retracement Level halten. Auch hier die ersten Voids wurden geschlossen. Wir hätten hier unten noch so eine kleine minimale Ineffizienz. Die muss er aber nicht unbedingt lösen. Wäre genau am 0786er. Schauen wir mal, was heute Abend passiert. Auf jeden Fall wäre ich weiterhin vorsichtig mit Altcoins. Solange die Fettsitzung nicht rum ist etc. pp. müssen wir hier einfach vorsichtig sein, irgendwie in irgendwelche Positionen reinzugehen. Deswegen momentan auch hier bei Polkadot kein richtiger Entry. Wir müssen uns das wirklich dann mal in Ruhe angucken die nächsten Tage, wenn sich das alles ein bisschen gelegt hat und dann alles wieder ein bisschen humanere Linien verläuft. ICP hingegen gefällt mir ganz gut. Wir hatten hier damals unser Adam & Eve. Das habe ich mittlerweile rausgenommen. Preisziel wurde erreicht. Seitdem halten wir den Abtrend. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Deswegen ICP jetzt auch nachgekauft an diesem Punkt mit dem 200 SMA. Die erste Tranche habe ich jetzt erstmal nachgekauft. Habe ich ja im Altcoin Video, in dem Update Video nochmal angekündigt. Werde ich ICP nochmal nachkaufen. Beziehungsweise habe ich aber auch dazu gesagt 50%. Sollten wir hier nochmal tiefer gehen, werde ich nochmal die nächsten 50% reinklatschen. Aber momentan sind die ersten 50% in ICP jetzt drin. Wollte ich nur ein kurzes Update da lassen. Ansonsten der Abtrend hält. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Wichtig ist dann hier irgendwann mal diesen Bereich um ungefähr knapp 8 US Dollar zu durchbrechen. Aber wie gesagt, die ganzen Level haben wir im großen Altcoin Update Video angesprochen. So, soviel dazu. Ich würde sagen noch ganz kurz zu Lana. Können wir uns auch mal noch ganz kurz angucken. Auch hier unter das Golden Pocket gefallen. 2 SMA Unterstützung verloren. 0,786er hält als Support. Plus der Monatspeavit hält auch noch. Also guter, guter Support hier, den wir reinbekommen haben. Void wurde geschlossen. Sehr, sehr wichtig. Von hier aus kann es relativ flott nach oben gehen. Wenn natürlich die ganzen Fettsachen etc. pp. nicht wären. Auch hier weiterhin der Downtrend. Wir hatten unseren Abtrend haben wir durchbrochen. Also mehrere Unterstützungen haben wir hier verloren. 200er SMA Abtrend. Plus der Downtrend auch noch. Also hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Schauen wir mal, ob wir uns die Marke im Laufe des Tages wieder zurückerobern können. RSI relativ weit unten. Sieht zumindest jetzt erst einmal gut aus für ein kleines Reversal. So. Dann noch kurz auf die News. Coinbase schon wieder unter Beschuss der SEC. Die Hintergründe. Ja, viele haben es schon wieder mitbekommen. Coinbase hat wieder Ärger mit der SEC. Sie sollen angeblich Wertpapiere verkaufen etc. pp. Also es ist auch so ein Rumdruckselei hier seit Jahren. Aber gut. Wenn euch der Artikel interessiert, ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns heute Abend. Denke ich wieder. Werde ich euch nochmal ein kurzes Update in der Telegram-Gruppe beilassen. Je nachdem wie die Fettsitzung ausgegangen ist. Nochmal kurz gucken. Was macht der Markt? Auf was sollten wir achten? Wenn wir heute alles nochmal abends besprechen. Freue ich mich drauf. Ansonsten lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.